Mein letztes Fortnite-Video in dieser Season, denn morgen kommt OG Fortnite raus, jeden Tag ein Video, falls ihr gehypt seid, lasst ein Like da, falls ihr neu seid, unbedingt ein Abo und kommentiert euren Epic Games Namen, wenn ihr die Chance haben wollt, von mir den Battle Pass geschenkt zu bekommen, denn ich habe noch 3.350 V-Bucks, wir machen heute Random Duos, es wird zu lustig, viel Spaß mit der ersten Runde. Hallo, kannst du Deutsch? Ja. Cool, wo willst du landen? Warte, ähm, Laster. Boah, das habe ich, aber ich war da auch gerade drauf, ich wollte auch sagen, lass dort landen, boah, ich glaube, wir sind Seelenverwandte, oh mein Gott. Heiraten wir jetzt? Was? Heiraten wir jetzt? Nein. Schade. Okay, hast du schon eine Freundin? Nein, Digga. Hattest du schon mal eine Freundin? Ja, mehr als du, glaube ich. Echt, wie viele hattest du schon? Sag ich nicht. Bäh, du wirst ein kleiner Schlawiner, du. Ja, ich wette mit dir, ich hatte mehr Freundinnen als du. Sag du zuerst. Ich lachst du. Nein. Warum? Zu Hause. Okay. Du willst es mir eh nicht glauben. Doch, natürlich, aber ohne Lügen, okay? Lügen darf man nicht sagen. Ich lüge. Okay. Okay, versprochen ohne Lügen. Okay. Okay, gut, dann sag du zuerst. Nee, du. Ja, okay, ich hatte erst drei, aber nicht lachen. Okay. Du? Ich bin zehn. Nein, du flunkerst mich doch an. Du bist ein kleiner Schlawiner. Zehn. Ich hatte schon drei im Kindergarten. Boah, Playboy, Mayboy. Hast du auch schon so Nudeln so rein gesteckt? Nein, nein. Nee, Digga. Warum nicht? Du hast doch schon zehn Freundinnen, da musst du auch ein bisschen Erfahrung haben mit Nudeln reinstecken. Nein, mein Gott, ich schlieb immer schwingendem Bord, Digga. Und hat schon mal ein Mädchen an deiner Nudel? Ja, ich bin erst zwölf. Ja, aber du hattest doch schon zehn Freunde, Digga. Über, hab gesagt, über zehn Freundinnen, Digga. Boah, wie cool, Digga. Du bist ja voll der Checker, ey. Bist du der Checker vom Neckar? Nee. Okay. Ja, wenn du zwölf bist, kannst du dann eigentlich schon das 1x1? Ich bin in der siebten Klasse. Kannst du das 1x1 oder nicht? Das war die Frage. Ja, Digga. Okay, sieben mal sieben? Sieben mal sieben ist, zwei bis, drei bis, drei bis, vierzig. Ja, hat ein bisschen lange gedauert. Hat ein bisschen lange gedauert, sag ich dir ehrlich. Nein, ich müsste kurz überlegen. Okay, dann kommt jetzt eine richtig schwierige Frage. Zwölf mal drölf? Was? Zwölf mal drölf? Was sind drölf? Ja, so Michael Jackson, Michael Jackson. Kennst du Michael Jackson? Ich will jetzt keine Schule haben, Digga. Ahihihi. Kennst du Michael Jackson? Ahihihi. Nee. Kennst du den? Der macht immer so. Ahihihi. Kannst du einfach so. Nee, ich kann nicht hin. Okay. Wollen wir runter in den Tresor? Nee. Warum? Weil ich von unten bin. Achso. Ja, okay. Kennst du Standardskill? Nee. Echt nicht? Ah, kacke. Doch. Alter, ich sing dir seinen Song vor, dann kennst du ihn vielleicht. Nein, 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 nein. Skybase. Bis hoch in die Charts. Hier kommt Standardskill. Wir bauen Skybase. Eyo, Eyo. Oh nein, da ist ein kack Gegner. Irgendwie bin ich gestorben, weil du kack geschwungen hast, Digga. Soll ich dich webooten? Ja, bitte. Ja, okay, ich weboote dich. Ich glaube, er kommt, oder? Hilfe. Tobias, ich brauche Hilfe. Tobi, bitte. Was soll ich machen, Tobi? Was soll ich machen? Nix. Fenix, ich brauche Hilfe. Oh, lecker Pizza Mangiare. Was ist dein Lieblingsessen? Sag ehrlich. Keine Ahnung. Er kommt, er kommt, ich habe Angst. Tobi, Tobi, bitte. Was soll ich machen? Ich weiß, diese Wartfeigenbe ich. Hau mit Auto ab. Hau mit Auto ab. Ja, okay. Ich glaube, ich habe... Habe ich es geschafft, oder? Habe ich es geschafft? Nee. Huuuuh, wieso? Ich darf nicht, ich habe es geschafft. Oh, epische Kiste. Nein, lass sie mich, lass sie mich. Ja, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Was ist das für eine Kacke, Tamm. Das ist ein Kürbis. Also, hast du schon Kürbis geschnitzt? Ja. Cool. Aber richtig langweilig. Was hast du ein Kürbis geschnitzt? Ja. Was hast du an Halloween gemacht? Äh, gejaxed. Aha. Spaß. Bisschen. Was hast du an Halloween gemacht? Klingelspräuche. Boah, du bist ja ein richtig böser Junge. Und Häuser mit Eiern beworfen. Boah, du bist richtig böse. Hattest du deswegen schon 10 Freundinnen, weil du so ein Bad Boy bist? Äh. Wieso dann? Bist du... Würdest du sagen, dass du ein Bad Boy bist? Nee. Okay. Okay. Würdest du dann sagen, dass du eher so eine Bad Bitch bist? Ja, nee. Ja, okay. Komm mal her, ein bisschen Pizza. Was ist jetzt eigentlich dein Lieblingsessen? Nicht. Echt? Ha. Da unten. Eeeh. Ich hab ihn. Oh nein, von drüben, von drüben. Wo schießt der? Wolf, wie alt bist du? Von oben. Was denkst du? 16. Ja, genau. Plus... 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 Plus 8 minus 2 mal 1. Was macht das dann? Oh nein, von hinten. Hilfe. Nein, ist das was? Das war's, das war's. Das war's, du. Es ist vorbei. Du, es ist vorbei. Joni, es ist vorbei. Wir müssen gehen. Wir müssen gehen. Wir müssen gehen, Joni. So, ich muss jetzt nach Hause, Joni. Ich bin nicht, Joni. Joni, so es reicht. Ich kann nicht mehr spielen, Joni. Ich muss jetzt nach Hause. Okay, dann bitte gehen. Nein, Spaß. War nur ein Prank. War nur ein Prank. War nur ein Prank. Oh nein. Das ist der Prank. Am man auch kohlen. Am man auch kohlen. Was hast du gesagt? Am man auch kohlen! Ey, mein Chat wird nur Deutsch geredet. Joni. Nein, ihr wird türkisch geredet. Nein, Joni. Ihr wird nur Deutsch geredet. Siktirgit, am man auch kohlen. Weißt du überhaupt, was es bedeutet? Ja. Was? Sag. Ich weiß es selber wahrscheinlich nicht. Er weiß nicht, was es bedeutet, du sagst. Siktirgit heißt sowas wie geh weg. Und Amanakoyim heißt sowas wie ich piep piep deine Mama. Weißt du? Ja. Joni, würdest du sagen, so auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut geht es mir? Ich geh nicht, Joni! Äh, doch, du hast doch am Anfang der Runde gesagt, dass du Joni heißt. Nein. Ja, warum flunkerst du jetzt? Ich flunker nicht. Ja, okay. Du bist wie meine Ex, die hat auch immer gelogen. Du bist ein kleiner Anflunkerer. Nein, ich bin nicht Joni. Du hast zu mir gesagt, du bist Joni Johannes. Also dein richtiger Name ist Johannes und dein Spitzname Joni. Nein. Wie heißt du dann? Thorsten? Nein. Ja, wie dann? Ah, der 48 Sportster. Nein. Wer hat dir den Namen gegeben? Dein Vater? Dein Vater. Ja, halt, gefühlt, ich schwöre, was ist das eigentlich? Ah, der 48 Sportster. Ich hätte mich gedacht, wie deine Mutter. Du, Joni, jetzt gehst du hier zu weit, es reicht. Wir werden angeschossen. Joni. Joni, Joni, Joni. Aber von dem Bot. Verholst du ihn oder nicht? Das ist jetzt hier die Frage. Super, Joni. Joni, du bist der Beste. Demokrat, Bruder. Joni, wie hättest du dich denn genannt? Wenn du, wenn du dich, wenn du jetzt einen Namen frei hättest, wie du dich umbenennen könntest. Wie würdest du dich nennen? Ja, wo ist deine Mama? Du kleiner Hund. Ich will, nee. Nehmen wir Gegner. Du kleiner Hund. Wo? Im Po von Mexiko. Aber sag mal ehrlich, Joni, wie würdest du dich nennen? Ich bin nicht Joni. Ja, wie heißt du denn dann? Dann sag mir halt deinen Namen. Ne. Privat. Anonym. Anonym, okay. Ja, anonym. Ich hoffe, wir holen den Sieg. Weil ich finde, wir sind schon ein gutes Team. Nein, hoffe ich nicht. Oha. Ich lass die Wände zählen. Jackst du grad nebenbei oder wieso? Machst du so komische Geräusche? Digga. Ich mach keine komischen Geräusche. Ich hab nur kein Mikrofon, Digga. Ach so, redest du mit Mikrowelle oder was? Nein, ich hab kein Mikrofon oder so. Ich hab nur noch Controller. Ach so, aber ja, du hast deine, du hast diese Hightech-Mikrowelle, wo man anschließt und dann so Geräusche hört. Weil wir sind fucking Gegner. Und warum hab ich zweimal, warum werde ich zweimal gejagt? Ähm, weil du most wanted bist. Verstehst du? Ich bin Mokals Bruder. Mokals Schwester. Mokals Bruder. Dein 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 Mokals Bruder. Nee, geh nicht fighten. Bibi Watchout. Joni! Joni ist es vorbei. Ja, mit mir auch. Hast du wenigstens einen geholt oder bist du so schlecht? Ich hab einen geholt. Oh, du bist ja doch nicht, du bist ja doch nicht so eine Flachzange, wie ich gedacht hab, Joni. Joni, ich würde mir einen sehr guten Arzt holen an deiner Stelle. Ja, für dich auch. Hau ab, ich hab Angst, hör auf zu schreien, okay? Hör auf, bitte. Nein. Joni, du machst mir Angst, bitte nicht schreien. Mein Vater hat mich auch immer angeschrien. Ja, es soll... Was? Deine Hose ist nass. Hör auf, wird's gerissen. Hol mich! Ja, beruhig dich doch mal. Ich brauch Leben, Joni, Leben! Schöne halt, dein Leben! Schöne halt, dein Leben! Ich habe eben keins mehr. Aber wirklich, Joni, du bist mit der unlustigste Junge, den ich je in Fortnite kennengelernt hab. Spaß, Spaß, Joni, Spaß! Oh, hier ist schon wieder einer, ich hab Angst, Joni! Was will der Dino? Ah, ich hab Liebe mit dem Dino gemacht. Wie findest du das? Sars, Sars, du willst sterben, du willst sterben. Du, wir sterben, du, wir werden sterben. Nein, werden wir nicht, Joni. Doch, wir werden sterben. Nein, unsere Liebe... Durch 28 AP! Joni, du hast wirklich einen Klacks. Joni, unsere... Nichts, nichts kann unsere Liebe brennen, verstehst du das? Ich spreche! Joni, nichts kann uns voneinander trennen, deswegen bin ich noch am Leben. Doch, ich lefte jetzt gleich! Nein, bitte nicht, Joni! Doch. Nein, Joni, du bist meine große Liebe. Meine Fortnite-Liebe. Nein! Nein! Doch, weil ich stehe auf... Ich stehe auf süße Jungs. Du kennst mich nicht mal! Ja, aber kann man dich klären? Nein. Schade. 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 Es sollte jemand. Aber merk dir, Joni, jeder deiner Freunde würde, wenn er könnte. Nein. Doch, doch. Doch, doch. Was ist... Was ist eigentlich dein Body-Count? Was das? Ja, mit wie... Also wie... In wie viele Mädchen du deine Nudeln schon gesteckt hast? Gar keine. Aber ich dachte, du hast zehn Freundinnen. Was ist das denn jetzt? Halt dich, Digga! Halt's einfach im Maul, Digga! Ich bin erst zwölf! Ja, aber wieso hattest du ja zehn Freunde, wenn du erst zwölf bist? Bist du ein kleiner Casanova? Hol mich! Hol mich! Rastest du sonst aus, wenn ich dich nicht hole? Echt? Wegen Fortnite, oder was? Rastest du aus, wenn ich dich nicht hole? Nein! Bist du noch da? Ja. Hast du gerade Ärger von deinen Eltern bekommen? Nein. Wieso hast du dich dann gestumpt? Ist dein Vater das Zimmer gekommen? Ah, ich hab's gehört! Ja, der kriegt Ärger. Jetzt gibt's Haue, oder? Nee. Okay, was hat dir deine Mom gesagt? Musst du aufhören mit dem Zocken? Oh mein Gott, da sind zwei Labas! Schau mal, Joni! Schau mal, Joni! Schau mal, Joni! Zwei Lamas! Das ist ne Art, die vom Aussterben bedroht ist, Joni! Wir müssen uns da ganz leise ranschleichen! Schau mal, Joni! Erstmal, gönn dir! Und dann müssen wir zu den Lamas, Joni! Schnell, schnell, schnell! Schau mal, Joni! Nimm die Waffen und dann zu den Lamas! Die sind vom Aussterben bedroht! Jeder kann sich nen Lama gönnen! Dann haben wir unsere zwei Lama-Chicks! Schleichen! Sonst laufen die weg! Schleichen! Oh, du bist so, Joni! Du blöde Sau! Klärst du das eine Lama? Joni, bist du eigentlich noch da? Joni, ich kann dich nicht hören! Ja! Ja, okay, perfekt! Das sind sogar drei Lamas! Oh mein Gott! Hattest du sowas schonmal? Ja, fünfmal! Boah! Kriegen das nur so coole Jungs wie du? Weil ich hatte das noch nie! Ja! Er will auch Lost Edition Fortnite! Ja, Joni! Ich hab mehr Kills als du! Und ich hab dich rebooted! Ja! Juck mich! Ich bin wahrscheinlich mehr Ranked als du! Ein höheres Konto-Level als du! Nein! Was bist du für ein Ranked? Ähm, Diamant! Ah, süß! Ich bin schon unreal! Ich lüg' nicht! Ich lüg' nicht! Ich hab sogar Renegade Raider! Cyberlucidance! Ich hab Tanzen nicht gebeindet! Weißt du, als guter Controller-Spieler hast du ja nicht so viele Tasten! Deswegen hast du Tasten nicht gebeindet! Wüsstest du aber, wenn du so gut wärst! Du hast bestimmt, bestimmt Tanzen gebeindet! Ich bin auf fucking Controller und bald spiel' ich auf Maus und Keyboard, weil ich meine davor schon kaputt gemacht habe! Und ich hab davor schon richtig gut auf Controller gespielt! Und ja! Ey, was schockst denn du mich jetzt hier runter? Spielst du auf Computer oder auf was spielst du? Auf Controller gerade! Ja, aber auf Computer oder auf Playstation? Playstation 5! Ja, also, wie willst du denn auf Maus und Tastatur spielen? Mit Playstation verbinden! Das ist ja voll lame! Also, Joni! Joni! Hast du gerade am Fallschaden gestorben? Nein, bin noch am Leben! Schade! Spaß! Was? Wie heißt du? Was? Dein Ohr ist nass! Dein Ohr ist nass! Wie heißt du? Oh mein Gott, ey! Ja, ich heiß auch Joni! Deswegen mag ich dich ja und sag ja, dass wir Seelenverwandte sind! Ich heiß Joni, du heißt Joni! Ja, träum' davon! Träum' davon! Träum' davon! Da oben in der Luft ist einer! Head! 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 Mama, ich rutsche! Ja! Ich braue ne Weitungswaffe! Mauna Cooion, es ist ein Kreckgewinn! Was mache ich da? ja okay aber ansonsten geht's dir gut okay wir müssen in die nächste zone warum gehst du jetzt hier hoch juni also eigentlich ein besen dabei oder bist du nicht so eine hexe juni hast du jetzt ein besen dabei oder nicht weil jetzt laufen muss juni ich bin heute schon 10.000 kilometer gelaufen gefühlt was hast du von meckes geholt ganze menü kennst du das wenn du wenn du döner isst und furzt und der furzt so nach cheeseburger riecht weil wir immer so die feiten dort juni ich bin ich zum zehntausend mal doch am anfang die bosen miteinander hast du schon mal gehört juni nicht solche wörter sagen soja okay dann hast du ja dann hast du mich angeflogen hat dann können wir doch eine beziehung führen oder nein ich bin 13 oh schade was ja lieber schade ich dachte juni was hast du hier jetzt eigentlich gebaut was ist denn das jetzt hier für eine für eine zusammengewürfelte scheiße 20er ohja 20er 10er 10er ohja juni du bist ein hacker ich bin gebummt mit seiner mama aber so richtig fett ohja juni kannst du auch meine mom spaß ja kann ich ohja hast einen großen ja ohja er hat ihn geheilt er hat ihn geheilt hat absolut nichts gebracht ja jetzt sterben wir wegen dir juni ich sagste hab ihn ohja juni du bist ein pro pair ohja juni wow jetzt ist er jetzt gewählt jetzt bin ich mal auf ernst spielen echt spielst du jetzt zum ersten mal ernst hast du beide nein nein dann ist doch nicht so gut wie ich dachte dann bist du doch nur ein Scammer ja was sonst gern mal sein vor allem die heißen Digga bei mir ist der Typ ohne wir müssen glaube ich in die zone oder ja habe ich selber mal gemerkt aber ich komme ja nicht mal da hoch ja Menschen die wollen mich eh joni ganz ruhig jetzt hier jamie 온 ja jamie jamie ja johni du hast sie nicht mehr alle das ist nicht mehr alle existanten im yani mama mm Ich such dir Hilfe, Junge, such dir wirklich Hilfe, Junge, okay, Junge, chill, ruhig dich, Juni, das ist doch verrückt, ey, wieso wirklich ein richtiger Schlawiner, ey. Nein, Juni, dann können wir nicht mehr zocken, wenn du das machst. Nee, wieso? Musst du das ausmachen, weil du zu laut warst? Äh, äh. Hat deine Mom gesagt, halt die Schlauze? Ja. Nee, muss was einkaufen gehen. So gehst du da nicht mit? Doch. Fick ihn runter. Ja, du hast ihn runtergefickt. Und ich... Unsöhne, weil ich für das... Kann nicht so was sagen. Äh, hä, Juni, ich hab menschhaft kassiert. Hallo? Guten Tag. Also deutsch? Bisschen. Woher kommst du? Äh, Slowenia. Wie alt bist du? Vier sind. Wieso kannst du bisschen deutsch? Ule? Ja, bisschen. Verstehst du alles, was ich sage, oder nur ein bisschen? So, so sieh mich. Alles wahnsinnig. Ah, krass. Wie lange lernst du schon deutsch? Brüla, ich kann deutsch, alles gut. Ja, du hast dich auseinander geglaubt. Aber das mit Slowenia hat gestimmt. Oh, Gegner hier. Oh mein Gott, hat er kassiert. Ach du Scheiße. Okay, sein Te-Mate ist auch dead. Beide. Hast du den Boss schon? Äh, nee, der ist hier drin. Aber ich find's sympathisch, dass du Slowenien gekannt hast, Digga. Die Hälfte, die ich so treffe, kennt mich mal Slowenien, Digga. Die sind ja auch Geografie, Digga. Äh, weißt du, was das Schlimmste ist? Die meisten, weil ich bin zur Hälfte Brasilianer und die andere Hälfte Slowake. Und die Schlimmsten sind die, die Slowakei mit Slowenien verwechseln. Junge, ja, du sagst es. Oh mein Gott, ich... Gegner. Das ist die Schlimmste Frage. Wie offensive ist denn das, Digga? Welches Mädchen nennt sich GG-Küsse, Junge? Ja, aber anfangs wusste ich auch ein bisschen so überlegen, sag ich dir ganz ehrlich. Je, was? Aber dann... Schon gecheckt. Was ist der? Gott. Ist das gut? Keine Mads mehr. Ich spiele einfach. Bist du noch da? Ich hör dich nicht. Ah, ich war im Sturm geschalten. Ich war im Sturm geschalten. Ich hab irgendwie mit dem Blade runtergegangen und hab trotzdem Verschalten bekommen. Keine Mads. Kannst du ein bisschen was droppen, bitte? Oh, grad schlecht, Digga. Grad schlecht. Warte. Alles gut. Ich bin wieder dead. He's in Mads, he's in Mads. Das bin ich nicht. Ja. Was ist das auch richtig schlimm ist? Nein. Kannst du Deutsch? Ja. Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Mädchen. Würdest du sagen, von einer Skala bis 1 bis... von 1 bis 10, wie gut bist du? Äh, so 6. Denkst du, würdest du in einem 1v1 gegen mich gewinnen? Kann sein, aber ich weiß nicht. Äh, okay, dann lass auf jeden Fall nach der Runde in 1v1 machen. Jetzt will ich es aber auch wissen. Okay, dann let's go. Genau. Ich darf jetzt wirklich nicht verlieren. Du spielst erst seit einem Jahr auf Maus und Tastatur, meintest du, ne? Ja. Das ist krass. Malik, hab ich schon mal ein 1v1 gegen ein Mädchen verloren? Glaube nicht. Aber ich glaub, das wird auch so bleiben. Schade. War nicht schlecht. Nein. Hast du davor auf Playstation gespielt? Ja. Ja. Und seit welcher Season spielst du dann schon Fortnite? Äh, also seit wann ich richtig spiele, oder? Ja, ja, genau. Seit wann... So. Ähm, ja, ich hab in... Äh, Chapter 2, Season 1 begonnen. Stark. Ach, krass. Wie alt warst du da? Nein, oder so. Durch deinen großen Bruder, oder einfach so? Einfach so. Bei, bei Jungs ist es üblich, dass sie so, also was heißt, nicht unüblich, dass sie so früh anfangen zu zocken, aber... Ich glaub, du bist das... Ich glaub, du bist das... So, ja, warte, ich komm runter, dann machen wir von neu. Aber ich glaub, du bist das erste Girl, was ich kennengelernt hab, was so jung angefangen hat zu zocken. Aber durch deinen Dad dann, oder... oder wie bist du aufs Zocken gekommen? So, ups. Ähm... Keine Ahnung, halt... Äh... Mein Vater hat sich eine Playstation gekauft. Und dann durfte ich halt ein Spiel haben, und das war dann Fortnite. Okay, ich verstehe. Verstehe. Wie ist das so, in der Schule wissen die Jungs, dass du Fortnite spielst? Hm, ja. Finden die das cool, oder eher nicht so? Ich weiß nicht. Geht so. Das ist immer knapp. Ich hab immer ganz knapp ein Bild dazwischen. Deswegen du mich nicht hitten kannst. Ja. Stark. Hast du eigentlich noch 200 HP, ja, oder? Nein. Wie lachst du? Sag ich nicht. Scheiße. Okay, 2-0. Ich dachte, du gewinnst. Was ist da los? Ich weiß nicht. Ja, auf jeden Fall. Du bist besser, als ich dachte. Ich hatte dich immer viel schlechter in Erinnerung. Ja, die Sache ist, ich hab in Chapter 3 extrem viele Cups gespielt. Da verbesserst du dich. Ja, aber früher, ich war richtig schlecht. Also wirklich. Ich konnte nicht mal 90s mit Boden. Das war schon witzig. Ui. Nein. Du hast 20 HP. GG. Das wird zuerst 5 Punkte er hat machen. Boah, das war knapp. Knapp. Sag mal ganz ehrlich, wie viel HP hast du? 80. Wie viel hast du jetzt? 60. Scheiße. Wirst du eigentlich schnell aggressiv bei Fortnite? Geht so. Ja, ich merk schon, du bist ruhig. Ich werde immer extrem aggressiv. Wenn ich hier zurückliege bei 1v1s und mich dann noch jemand pickaxe, dann werde ich richtig sauer. Okay. Du machst es schon gut. Man kann dich nicht hitten, aber manchmal ein bisschen zu langsam. Also bei mir auch so. Also schiebelt bin ich jetzt nicht so gut, finde ich. Ähm. Hm. Ui. 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 Okay, 5-1. GG's. GG's. Hallo, anonym? Ja. Du bist die Maya, leck mir die Eier. Das ist direkt raus. Wie geht's dir anonym? Ja, ich kann sie ihn Spiegel nennen. Wie bitte? Ich kann sie ihn Spiegel nennen. Wie, wie du? Ja, Iglu. Was? Iglu? Iglu. Iglu, ja. Was? Shibu? Nein, Iglu. Iglu. Iglu pro fax. Na, oh mein Gott. Dibu, Dibu. Mein Name ist einfach Ibrahim. Warte, I... Achso, Ibrahimovic. Jetzt. Okay, okay. Wie soll ich dich jetzt nennen? Chibo. Ich nenne mich was, wie du willst. Okay, wie du willst. Ja. Okay, wie du willst, lass runter in Tresor, wie du willst. Wie lange spielst du schon Fortnite? OG. Oha, was ist OG? Seit welcher Season? Season 1, sozusagen. Season 1, Chapter 1? Ja, aber mein Account da wurde gebannt, deswegen kann ich nicht mehr drauf spielen. Boah, wieso wurdest du gebannt? Null Arme. Was? Null Arme. Achso, haben die dich einfach so in Fortnite Hubs gesteckt? Ja. Alter, die Hilfen. Alter, ich hab' viel geleidigt. Was ist das? Hast du dich selber gekillt? Nein, der ist zu mir her gerannt, alter. Der ist zu mir gerannt. Oh mein Gott. Warte, ich glaub, da kommen Gegner. Ah, nee, das sind nur Bots. Weil heil mich hier, ich guck. Was? Ich heil mich hier, ich guck. Was? Heil mich. Und was machst du? Und ich gucke, ob da jemand kommt. Was machst du? Heil mich. Was soll ich machen? Heil mich. Was? Ich verstehe es nicht, kannst du deutlicher sagen. Was soll ich machen? Heil mich doch, Mann. Was? Digga, ich verstehe dich nicht, du redest irgendwie so undeutlich. Was soll ich machen? Heil mich, amina Frühen. Was ist hier hinten? Nix egal. Nein, sag nochmal, ich verstehe es nicht so ganz. Nee, passt, passt, alles gut. Aber was hast du die ganze Zeit gemeint? Ich hab's nicht verstanden. Ich hab verstanden, da hinten ist irgendwas. Da hinten ist ein Gegner, ja. Schau, das ist ein Gegner. Oh, er hat so gut, ich hab' einen Schildsbräck bekommen, der ist so low. Stark, stark. Erklär mal. Du bist One-Shot, ich würd mir das Medi-Git geben. Ja, ja, ich geb' mir das. Ja. Glaubst du, die campen dort? Ja. Hier ist ein Bego. Ja, die campen dort. Wenn du Rockets hast, die campen direkt rechts bei der... Oh ja, der Tür. Ihr Hunde, ihr Hunde. Off, off, off. Off, off. Ich hab' nur noch fünf Bills. Ach, Raketen, du nie? Hast du Raketen, du nie? Nee, aber ein klein. Die chillen da, pass auf. Oh mein Gott, bin ich schlimm. So, jetzt reichts hier. Komm her, komm her, wir gehen zusammen raus. Komm her, komm her. Ich hab' einen Bego. Oh, die haben gerade angeschossen, ja. Schnell hin! Okay. Schau, schau, blam blam. Oh, shit. Der ist gut. Ja, MG, schieß uns. Ich MG, der ist auf dem, wie gesagt. Was? Ich verstehe dich nicht, Bruder. Gut, gut. Einer, Einer ist down. Cortito, gut? Oh, ich hab' auch ein Z-Mix zusammen gemacht. Oh mein, Cortito, gut? Ey, was warst du? Oh mein, Cortito, gut, beide. Ist Z-Mix gewonnen, Mann? Wo bin ich gewonnen? Z-Mix. Einer cracked. Ja. Ich hab' einen genockt in der Luft. Ach, Alter. Normal, er legt. Und der andere ist auch White. Kommt da ab und dort? Ja, der ist hier unten, der denkt, der kann sich Matkit geben. Oh, shit, ich hab' einen gewissen, anderer Gegner. Oh nein. Adam hat mich geholt. Daddy Adam. Wenn du die holst, bist du OG. Wenn nicht, dann bist du kein OG. Öh, ich steh' jetzt besser als man gerade... Oh, oh, oh. Was machst du? Was machst du? Was machst du? Was machst du? Ich hab' nur wegen dir verloren. Mann, Mann. Was hast du gemacht? Keine Ahnung, ich möchte. Ja, warum hast du das gemacht? Du bist jetzt gestorben. Echt? Mann, ich dachte, du bist OG, du hast angelogen. Warum lügst du? Ja, du hast angelogen. Perfektes Deutsch, aber noch. Ja, du hast angelogen. Ja, du hast angelogen. Ja, du hast richtig angelogen. Warum sagst du, du bist OG und dann stirbst du? Ohne Kills? Hm? Ja, weil ich bin grad aufhören, bin nicht auf... Was? Wieso furzt du? Iiii, hat gefurzt. Iiii. 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 Was für'n Gym? Iiii. Iiii. Was? Was? Ich verstehe nicht, was du redest. Das ist mein Zweifam. Wie heißt du? Iiii. Iiii. Was? Ich verstehe nicht, was du redest. Ich habe mir das schon gegeben. Aufgerei. Okay. Ja, aber sonst, wie läuft's so? Alles gut sonst bei dir? Aber du bist kein OG. Sei ehrlich, du hast gelogen. Nein, bist du nicht, Junge. Wieso lügst du? Ja, also ich wusste es. Ich habe es direkt erkannt. Ja, dein Bruder ist aber auch so. Ja, dein Bruder, aber du nicht. Es ist dasselbe wie wenn ich der Cousin von Messi bin und sage, ja, ich bin Messi. Ja, aber du bist du next. Was? Ja, aber du bist du next. Was für ein Gym-Ex? Was für ein Gym? Ja, Gym-Ex und Jackson. Ja, um auf zu schmatzen. Ekelhaft. Okay, was machen wir jetzt? Null Ahnung. Soll ich dich enden und wir spielen noch eine Runde? Egal. Was? Egal. Ja, soll ich dich enden und wir spielen noch eine Runde oder nicht? Das ist gegangen. Er hatte keinen Bock mehr, aber ich verstehe ihn auch, Digga. Ich habe ihn die ganze Zeit provoziert. Ich dachte, er rastet aus, aber er ist so ruhig geblieben. Ey, Bruder, wenn du das siehst, tut mir leid, ne? Aber ey, ich dachte, er rastet aus, Mann. Weißt du, das Video bis hierher geschaut ist? Bist du ein absoluter Ehrenmann oder Ehrenfrau? Kommentier, wie gesagt, deinen Epic Games-Namen, vergiss nicht ein Abo und ein Like dazu lassen. Neben am Kopf kommt ihr zu den letzten Videos. Gibt ihr euch unbedingt vor allem das letzte Video, wo ich OG Fortnite schon gespielt habe, bevor die neue Season draußen ist. Und tschüss.